Hallo zusammen, mich hier ist wieder Eutila und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault. Diesmal nicht mit Main, weil ich tatsächlich mit Main nichts gemacht habe. Mit M+, bin ich so weit durch, habe die Belohnungen. Und ja, jetzt hatte ich wieder ein bisschen im PvP-Bereich was gemacht gehabt. Und zwar im RBG mit meinem Magier. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was da drin ist. Besonderlich hoch war das nicht, so 1500 bin ich jetzt um den Drehraum. Und jetzt gucken wir mal, was wir da Schickes rausziehen. Ich brauche einfach ein bisschen T-Mock tatsächlich. Und das haben wir da. Wir hätten einmal einen Umhang. Und wir hätten einmal eine Hose. So was ich geguckt habe, brauche ich eh Versa Tempo. Dann würde ich fast sagen, nehme ich lieber die Hose. Weil die mehr kostet als ein Umhang. Ringen kann ich eigentlich vergessen. Der wäre zwar auch gut, das ist sogar alles mit Versa Tempo sehe ich gerade. Aber es kostet am meisten Punkte, glaube ich, die Hose. Deswegen nehmen wir die jetzt einmal. Und ja, ich habe noch ein paar Punkte, die ich theoretisch beim Händler ausgeben kann. Aber da warte ich jetzt mal noch, was ich sonst so rausziehe. Bis jetzt habe ich halt nur dieses blaue Set an, ne. Um dementsprechend schon mal so ein bisschen was auszuhalten. Aber naja, Magier kriegst du schon auf den Sack auf jeden Fall. Gut. Mehr Chars habe ich tatsächlich diesmal gar nicht fertig gemacht. Aktuell nur mit Magier. Eventuell werde ich die Targets noch mit ein paar mehr Chars ein bisschen im PvP unterwegs sein, um noch so das ein oder andere Teil von den Elite-Sets mitzunehmen. Die sind ja leider dann, sobald der nächste Patch rauskommt, oder beziehungsweise der nächste große Patch 9.2, also für die nächste Season, dann raus. Und dementsprechend, wenn ich das ein oder andere noch mitnehmen kann, wäre ja gar nicht schlecht. Gut, das war es mit dem kleinen Opening schon. Kurze Geschichte heute. Schreibt mir gerne rein, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Heute La. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020